Musik Ja, halli, hallo, liebe Megabot-Freunde, ich bin's, der Tenshi und wir spielen RoboCraft und wir sind dabei, uns einen Megabot zu bauen, beziehungsweise einen TXer oder ich weiß nicht, wie man das heutzutage nennt, weil ein über 100 Millionen Ranking-Roboter, so, so nenne ich den jetzt einfach, weil ich keine Ahnung habe. Ich glaube, die heißen einfach nur Megabot mittlerweile, ich glaube, die heißen einfach nur so. So, letztens haben wir uns jetzt erstmal die Waffenpositionierung gemacht, wir wissen jetzt ungefähr, was für Dimensionen das Ding überhaupt annehmen würde und müssen jetzt mal schauen, wie wir das Ding fertig bekommen. Das ist ein bisschen schwierig, weil CPU-technisch haben wir jetzt eigentlich noch einiges, aber, oder? Also ich kann die CPU kaum lesen, 7555 haben wir, glaube ich, und 3000 haben wir schon verwendet. Okay, hier bin ich am überlegen, ob ich das Schild nämlich noch höher baue, dass man vielleicht sagt, einfach, das kommt dann hier hoch. Äh, um mehr Dings zu schützen, wobei ich dann schon gerne, so, ja, ne, doch machen wir es so. So ist das eigentlich ganz gut, fein, wo ist der denn festgebunden? Am Rad, haha, am Rad. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn jemand hier wegbombt, von oben oder so, dann, äh, ist dann da durch, dann war es das. Aber ist geil, dass man nur zwei Platten quasi dran klatschen könnte, wenn man welche hätte. Die kosten aber auch ungefähr, ne, die kosten bis 100.000, glaube ich. Die waren, glaube ich, richtig günstig, also vergleichsmäßig günstig. Nein, 400 noch was, 1000. Ist teuer, ist teuer, ist nicht günstig, ist teuer. Okay, das heißt, ich wollte ja meinen Sitz gerne noch mal weiter nach vorne schieben, was natürlich ein bisschen blöd ist, weil ich jetzt hier so schön gebaut hatte, aber okay. Die würde ich gerne so ein bisschen mittig machen, dass der vielleicht hier so ungefähr Schutz kriegt. Ungefähr da. Und dann müssen wir leider, leider, leider noch mal komplett ringsherumbauen. Ein bisschen blöd. Aber, was muss? Das muss. Vielleicht machen wir einfach nur ein Viereck diesmal draus. Äh, ja, machen wir einfach nur ein Viereck draus und das passt schon. Du, 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 du. Mal hier, das ist dann quasi der Kopf. Ach, der geht bis dahin. Ist ja gar nicht so ein großer Kopf, wie ich dachte. Wobei, ich mag das nicht, wenn das nur so ein Viereck ist. Ich will das nicht. Ich will nicht einfach nur ein Viereck machen. Ich will so Abstufungen haben, weil das geil ist. Abstufungen sind geil. Das sieht so schön abgelutscht aus. Und ich finde das geil, wenn das abgelutscht aussieht. Wisst ihr? Sieht voll cool aus so. Also nicht cool, aber besser. Es sieht besser aus. Einfach nur besser. So, bauen wir das. Könnte man auch aus Glas bauen. Aber dann habe ich wieder mein Glas kennen. Und Glas kennen, das kam nicht so gut an. Ah, easy. Dann da noch. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine kluge Idee ist. Man kann das ja noch umbauen. Das ist ja kein Ding. Wenn wir jetzt hier irgendwie noch mehr. Wir müssen die Dinger zum Beispiel verstärken. Auf jeden Fall verstärken. Allein schon aus dem Gründen hier. Weil die ja hier eigentlich noch viel besser fungieren würden. Weil die bessere Ankerpunkte haben, die man nicht so schnell wegballern kann, wenn man die hier so baut. Da gibt es bestimmt auch Triforce-Techniken. Quasi, dass das hier gar nicht erst verbunden ist. Das wäre, glaube ich, eine viel bessere Variante. Wenn das nicht verbunden ist, dann kann man hier drauf schießen. Kommt aber an den Schaden. Macht aber hier hinten keinen Schaden. Das ist bestimmt um einiges besser. Vor allem wäre es bestimmt noch besser, wenn die gar nicht verbunden sind. So ungefähr. Das ist bestimmt das Beste, was du machen kannst. Äh, ist, wenn man die so baut. Vielleicht kann man hier sogar tatsächlich Triforcing mit reinhauen. Da bin ich aber nicht sicher. Weil das kostet auch sehr viel, ähm, Zeit. Hahaha. So, hier unten kann man das ja dann verbinden. Das ist ja dann kein Ding mehr. Wobei das, ne, doch, das ist auch kacke. Wenn man jetzt von vorne drauf ballert und hier unten trifft, hier trifft, ähm, und dann ballert man hier unten einfach alles weg, dann ist das die Verbindung weg und dann ist oben auch die Verbindung weg, automatisch, logischerweise. Außer macht hier natürlich Haufen Schutzschilde dran. Ist aber keine gute Idee, die so zu verbinden. Die müssten eigentlich alle komplett einzeln sein. Aber dicker müssten sie sein, das ist das Problem. Zum Beispiel, was man machen könnte, wäre jetzt hier die Triforce-Technik, dass man wirklich sagt, die sind nicht mehr verbunden miteinander. Was ein bisschen schwierig ist. So. Dass die dann, äh, nicht verbunden miteinander sind. Warte mal, ich bin grad blöd. Ich krieg das wieder nicht hin. Dann müssen wir gleich wieder schauen, dass, eigentlich macht man das nämlich so, dass man erstmal hier sowas ringsherumbaut. So, ein Vierer-Ding. Dann, äh, nimmt man sich so eine Schräge. So. Und macht das hier quasi so weg. Ich glaub, ungefähr so. So. Hält mich blöd. Ich krieg das nicht mehr hin. Ne, doch. Haut doch so hin, ungefähr. Ähm. So. Und so. Und so. Ups. Scheiße. Äh, verkackt. Moment. So. Und. So. Weil jetzt hat man quasi einen unabhängigen Kreis. Ja, das ist die, ähm. Das ist halt ein Shuriken. Und wenn man jetzt hier drauf schießt, hier, view, bam. Hier drauf. Dann verteilt sich die Energie auf den. Und dann auf den hier drüben. Und dann nirgends woanders mal hin. Außer nach unten und nach oben vielleicht. Das heißt, man hält schon ein paar mehr Schüsse aus. Ein paar mehr Schüsse. Müsste man jetzt hier ringsherum bauen. Um jeden einzelnen von denen. Dann muss ich mal kurz gucken, ob das überhaupt passen würde. Weil hier wird es dann eng, glaub ich, so. Ne, dann werden die nicht verbunden. Und hier werden die auch nicht verbunden. Nur wie macht man das dann da unten? Hier. Die müssten eigentlich alle unterschiedlich verankert sein. Ich glaub, das könnte man so lösen, indem man sagt, wir gehen hier zur Seite. Ungefähr so. Hier. Und der hier unten, der geht, ähm, hier zur Seite. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ziemlich bescheuert. Ähm, kann auch sein, dass das bescheuert ist. Das werden wir ja dann von den Profis hören. Ja, es müsste noch tiefer sein. Oder das hier muss höher sein. Ich glaub, ich würde hier eher tiefer gehen. Damit man das wenigstens dreifach machen kann. Oder wenigstens zweifach. Wenn ich jetzt hier nämlich hier noch eine Zweierschicht ziehe. So. Dann verbinden die sich nicht. Die dürfen sich nicht verbinden. Das ist, glaub ich, bloß der, ähm, das Hauptding. So. Und hier macht man einfach auch so ein Dreierding. So. Langsam wird's aber, glaub ich, knapp mit meinen Blöcken. Wenn ich mir das, ne, tausend hab ich noch. Ne, doch noch nicht so knapp. Ja. So ungefähr. Könnte man das machen. Hätte man doppelte Dreifor... Ich weiß gar nicht, ob man das echt so machen kann. Diese Dreiforstechnik. So, das ist die, die mach ich mal kurz weg. Brauch ich erst mal nicht. So. Okay. Jetzt wird's interessant. Weil jetzt muss ich erst mal hier komplett zubauen. Bis dahin. Okay. Und dann bin ich echt mal gespannt. Huch. Ob das überhaupt irgendwie einen Sinn ergibt. Aber ich denke schon. Meine Damen und Herren. Ich denke schon. Dann nimmt man sich einen Haufen von den Schrägen. Und dann macht man das wieder unten quasi. Dass man erst mal hier die so verbindet. Komplett. So. Okay. Dann kann man die schon mal weg machen. Und verbindet die so. Okay. Dann macht man den gleichen Schmal hier drüben. Und das dauert natürlich ein bisschen. Das hat natürlich alles so seine, seine Zeitkosten. Aber hey. Dafür hat man nachher, äh, ein Triforcing, ähm, Megabot. Ich hoffe mal, das funktioniert auch so. Ich kann nachher noch mal die Theorie quasi noch mal erläutern. Dann, wenn ich diese eine Stange hier fertig habe. So. Kostet richtig viel. Ich meine, das kostet genauso viel Punkte, als wenn ich jetzt hier ringsherum eine Schutzschicht ziehen würde. Moment mal. Ah ne, die waren, okay. Würde, würde, kostet genauso viel Blöcke. Vielleicht, das sind aber, natürlich sind das andere Blöcke. Aber es kostet halt genauso viel Blöcke quasi. So. Wir haben einmal dieses Ding. Und das ist jetzt ein Triforce. Ich weiß nicht, ob man das hier unten auch machen sollte. Hier ringsherum. Ja, ne. Hier muss ja irgendwo verbunden sein. Aber ich mach's mal, damit das, ähm, nach was aussieht. So. Wenn, jetzt stellt euch vor, wir haben hier drüben nochmal so ein Ding. Und dann nochmal eins. Wenn jetzt wirklich jemand von vorne drauf ballert. Wenn jetzt wirklich von vorne einer drauf ballert. Dann, äh, schießt er hier so drauf. Dann trifft er hier. Schießt, ballert mir ein bisschen was weg. Ähm. Und dann ist irgendwann mal die erste Stange kaputt. Sie brauchen schon ein paar mehr Schuss, um die erste Stange kaputt zu bekommen. Dann sind die aber immer noch verbunden mit der Stange und mit der Stange. Die müssen sie auch nochmal alle, alle Beine so wegballern. Oder, ja, was wahrscheinlich wahrscheinlicher sein wird. Die ballern mir einfach nur die TX-Waffe weg. Hahaha. Das kann natürlich auch passieren. Ne, das kann natürlich auch passieren. Aber ich glaub, ähm, ja. Ich werd es erstmal so machen. Ähm. Ich werd mal ganz grob, Leute. Weil, ähm, das dauert einfach zu lange. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig in so einem Let's Play. Also werde ich jetzt mal hier ringsherum das Tryforcing, äh, andeuten. Ja. Damit wir schon mal wissen, ähm, dass das da ist. So. Ein bisschen andeuten. Und dann werd ich das, ähm, Offscreen zu Ende machen. Weil das wird echt ne Weile dauern. Habt ihr ja grad gesehen, wie lange ein Turm gedauert hat. Und ich muss das hier eins... Ja, das muss ich... So, ne, na gut. Ein Turm hab ich gemacht. Fehlen bloß eins, zwei, drei, vier Türme, die ich noch machen muss. So. Okay, dann hab ich jetzt die schon mal angedeutet. Und ich muss auch hier unten nochmal andeuten. Dass ich einfach mal weiß, wie weit die runtergehen auch. Würde ich schon gern bis hierhin machen. So. Und hier das Gleiche. So. Dann nochmal eine Schräge. Klack, klack. Klack, klack. So. Dann können wir jetzt nämlich quasi am Body erstmal weitergehen. weiterbauen. Weil wir ungefähr wissen, ähm, wie groß das jetzt auch alles hier wird. Das ist ja schon irgendwo wichtig zum Wissen, wenn man das baut. So. Äh, sieht ja schon mal wunderschön aus. Hehehe. Naja, ob das wunderschön aussieht, das weiß ich noch nicht so genau. Wir haben ja eigentlich noch diese Schutzschilde hier. Und ich weiß noch nicht genau, wie sehen die jetzt aus eigentlich. Lol. Das ist ja mal Hammer. Also Hammer vielleicht nicht in dem Sinne, aber... Ja gut, die fallen sehr schnell ab, ne. Wenn man hier Triforcing macht, dann fallen die natürlich sehr schnell ab, die Türme. Äh, ist aber witzig irgendwie. Aber ich... Das ist jetzt nicht das, was ich hier verwenden könnte. War das grad das Ding, was ich... Ja. Das ist, wenn ich das andere verwende. Ja, es sieht natürlich lustig aus. Aber allerdings haben die zwei Punkte. Und die zwei Punkte sind hier fest. Ach nee, hier sind auch noch... Na, die sind gar nicht verbunden. Ist auch ein bisschen blöd. Was ist denn, wenn man die hier vielleicht versucht, dran zu klatschen? Ja, vielleicht weiter vorne. Könnte man hinkriegen. Wenn man die weiter vormacht. Kurz gucken, wo sind denn die Ankerpunkte? Die sind da. Okay. Mal kurz einmal nach vorne machen. Ach, die sind anders. Okay, die sind jetzt so rum. Mh, ja. Ja, jetzt sind sie nur die andere Seite. Das gibt es ja gar nicht so. Hä, die haben doch grad hier dran gepasst. Würde ich mich verarschen? Die haben doch grad hier dran bekommen. Hä? Die haben doch grad da dran gepasst. Ich werde nicht mehr schlau daraus. Hab die grad hier dran bekommen, oder? Hä? Hä, die haben doch grad da... What the fuck? Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Ähm. Ah, ich hab die von oben dran gesetzt, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab die hier oben drauf gesetzt gehabt, glaube ich. So. Weil ich wollte die eigentlich höher setzen, weil... Die schützen... Na gut, von vorne schützen die schon recht gut. Kann man die noch weiter zur Seite schieben, vielleicht? Dass das hier so dran ist, vielleicht? Mal gucken. Ja, das funktioniert. Weil das schützt quasi so ein bisschen die Stangen, die zur Seite gehen. Wobei, eigentlich müsste ich dann doch hier ein bisschen weiter hier in die Richtung gehen. Nicht so weit raus, sondern mehr rein. Muss ja nicht schon so hingehen. Damit die Stangen quasi geschützt werden, die Stangen hier. Wobei die so groß und fett sind, dass man die schlecht so schützen kann. So, mal ganz kurz gucken, wie das aus... Na, so. Kann ich hier noch weiter hinterschieben? Ne, ich glaub. Ne, das ist schon das Maximalste, was ich schieben kann. Ja, Schutzschilde und so, da kenne ich mich noch nicht so gut aus. Also muss ich die Waffen vielleicht noch mit drauf machen, bevor ich hier anfange mit Schutzschilden rum zu hantieren. Die kann ich mir nicht mehr leisten quasi. Also leisten schon, aber will ich mir die leisten, ist die Frage. Es wäre lustig, wenn hier noch eine reinpassen würde. Passt natürlich keine rein. Eigentlich müsste ich mal gucken, wie ich das hier dann nachher schützen werde. Das Ding ist nämlich... Hier kommt natürlich auch noch das Drive Force ringsherum. Muss ich auch mal genauer gucken, wie ich das hinkriege. So, schon mal andeuten. Das muss ja schon irgendwie alles 3x3 sein, damit das einfach mehr... Ja, mehr Schutz bietet quasi. Ach, na eben. Die müssen ja nach hinten auch nochmal 3 so eine Dinger haben. Hahaha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Die müssen ja hier... Auch noch jeweils sowas dran haben. Ach du Kacka. Leute. Kacka, Kacka. Das kann was werden, du. Also brauche ich doch ein paar mehr Türme, als ich vorhin aufgezählt habe. Weil ich die vergessen habe hier. So. Dann hier noch... Dann hier noch... Klack, Klack und... Klack. Und dann muss das ganze Dreck noch nach unten gemacht werden. Aber ich hoffe, Leute, dass das irgendwie... Dass das schon irgendwie ein guter Mega wird. Keine Ahnung. Wie gesagt, das ist mein Eigner. Den habe ich mir... Selbst ausgedacht quasi. Ich meine, im Gehirn vor euren Augen vor allem. Vor euren Augen. Hier bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das dann mit den Verbindungssträngen mache. Ob ich die vielleicht einfach hier so verbinde. Ganz normal. Wobei die Waffen wahrscheinlich mit als erstes mit abgeballert werden könnten. Weil die ja sehr offen sind. Das darf man nicht vergessen. So, wie viele Blöcke haben wir noch? Okay, das ist doch noch unakzeptabel. So. Klack, Klack, Klack. Über einmal dran bauen. Da wo geht. So. 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 Wunderschön. Alles wunderschön. Da unten weiß ich es noch nicht genau. Deswegen lasse ich das mal kurz weg. So. Die werde ich auf jeden Fall offscreen machen müssen. Jetzt zwischen der nächsten Folge. Da baue ich jetzt offscreen quasi die Türme. Problematisch wird es natürlich, wenn wir dann die Dings ausgehen. Die Blöcke. Wenn wir die Blöcke ausgehen, wird es ein bisschen problematischer. Puh. So. Ja, hier vielleicht noch ein bisschen Anspielung. So. Aber wie ich die verbinde, die Streifen, das weiß ich noch nicht so richtig. Weil ich hier wahrscheinlich eher sowas bauen werde. So. Wie ich die jetzt verbinde, weiß ich noch nicht. Und für einen Schutzschilde brauchen wir hier auf jeden Fall. Für das Ding brauchen wir noch Schutzschilde. Ich gucke mal, ob ich das hier vielleicht verwenden kann dafür. Stell dir vor, wir machen jetzt hier so. Ja, das würde dann die Waffe im Weg sein. Kacke. Mist, Mist, Mist. Die Waffe ist dann im Weg. Shit. Oh, Kacke. Da hätte ich vielleicht erst die Schutzschilde machen sollen und dann... Was wir machen können, ist natürlich das Zeug weiter nach hinten verschieben. Noch um eins oder so. Bin mir grad nicht sicher. Vielleicht, wenn ich das Schild hier von vorne nehme. Ne. Ist einfach voll im Weg. Die Frage ist, ob das auch im Weg ist, wenn es weiter hinten dran wäre. Kann ich mal testen. Hier ist die Waffe. Jetzt muss ich das hier leider löschen. Wobei, ne, müsste ich eigentlich nicht löschen. Ich müsste eigentlich bloß das hier löschen. Dann nehme ich das Schild. Welches auch immer. Eins von beiden. Das glaube ich jetzt erst mal nicht so wichtig. Ist nicht im Weg. Ist nicht im Weg. Und ist im Weg. Also müsste es theoretisch nach zwei nach hinten verschieben. Wie sieht es mit der Platte aus? Das ist vielleicht ein Unterschied. Nein. Ich müsste das Ganze nach zwei nach hinten verlegen. Dann könnte man hier noch eine Schutzplatte reinmachen. Weil die sind ja dann schon ein bisschen wichtiger. Die Stellen hier. Wenn ich die so hier abdecke. So hier. Und dann da drüben ist dann so ein dicker Turm. Der hält sich hoffentlich von selbst aus. Oder hier kriegt man vielleicht auch nochmal irgendwie eine Schutzplatte rein. Vielleicht sowas hier oder so. Keine Ahnung. Die dürfte auch nicht im Weg sein. Sehe ich gerade. Ja. Dann werde ich das vielleicht offscreen vielleicht nochmal um zwei nach hinten verlegen. Diese ganzen Dreier-Türme nochmal zwei nach hinten verlegen. Ja. Und dann schauen wir das nächste Mal. Ähm. Wie wir das ganze Ding dann im Endeffekt zusammen klatschen. Das wird ja auch nochmal sehr interessant. Ne? Hahaha. So. Also ist alles kaputt und zerbrochen jetzt. Voll schade. So bis dahin muss das. Kann ich schon mal hier eine Anspielung machen. So. So. Okay. Easy. Easy, easy, easy. Kriegt mal hin. Kriegen wir hin, Leute. So. Und verbunden. Fertig. Aber wir haben ein bisschen... Hm. Weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir gar nicht die verschieben. Vielleicht muss ich bloß die Verbindungsstange weiter nach hinten machen. So ungefähr. Wenn ich jetzt bloß die Verbindungsstange abende. Und da das Schutzschild dran klatsche. Sollte das doch theoretisch auch funktionieren. Wobei ich nicht weiß, ob ich die nach oben machen sollte. Oder doch eher nach unten. Geht das überhaupt nach unten? Ja, wenn ich es so machen würde. Wobei es da wieder im Weg ist. Ich finde es egal, ob ich die nehme oder die nehme. Ist ja interessant. Na ja, aber die werden ja eher... Na ja, wenn man hier so guckt. Ja, der Turm in der Mitte ist jetzt halt nicht geschützt. Ist halt auch ein bisschen blöd. Den werde ich auch nicht schützen können. Weil, ähm... Ist halt ein Mittelturm. Was soll man da machen? Vielleicht muss ich den dann doch ein bisschen nach hinten schieben. Aber ist ja auch kein Problem. Dass ich den nach hinten schiebe noch ein bisschen. Kleines bisschen. So dass der quasi hier ist. Dann ist diese eine Waffe vielleicht die einzige Waffe, die... Die dann doch ein bisschen weiter hinten steht als die anderen. Dann... Dass ich die dann dahin setze. Weil dann ist der... Turm, den ich jetzt hier reinbauen kann... Der ist dann... So dick. Bis dahin. Ja, was ich hier mache, ist eine gute Frage. Kann man hier vielleicht noch sowas reinhauen? Ne. Ist alles... Das ist viel zu groß, das Schild dafür. Das heißt, da ist noch eine echt fette Schwachstelle nachher im Endeffekt. Wenn die von vorne voll auf den Turm ballern können. Ähm... Könnte man vielleicht eventuell hier eine... Eine Schicht von denen hier machen. So, dass die quasi nicht so sind. Sondern, dass die in die andere Richtung zeigen. Moment. Ähm... So ungefähr. Kann man das zeigen. So. Dass die so sind. Die berühren ja nicht das hinten. Das hinten wird nicht berührt. Das heißt, wenn ich hier eine komplette Schicht durchziehe. Die nach da unten geht. Dann kann man da einmal drauf schießen. Und berührt aber noch nicht das Ding hier hinten. Das hier hinten, das Teil, ist ja auch nochmal Tryforcer. Haben wir quasi Doppel-Dryforcing. Ähm... Für das hier in der Mitte. Solange die Verbindungsstränge nicht abreißen. Für das hier seitlich noch. Weil da muss ich nochmal gucken. Ich möchte nicht, dass alles an diesem einen Strang hier hängt. Weil wenn der kaputt ist, dann fliegen alle drei Waffen weg. Und das wäre ziemlich doof. Dementsprechend vielleicht hier hinten irgendwie noch extra Stränge rausziehen. Für die hier hinten vielleicht. Das wäre auch nicht schlecht. So. Müssen wir mal gucken, wie wir das am Blödsinn machen. Aber jetzt werde ich erstmal die Türme bauen. Ja. Dass ich hier die Türme ringsherum fertig baue. Voraussetzung. Ich habe noch das ganze Geld dafür. In 36 von denen wird nicht reichen. Da brauche ich auf jeden Fall noch ein paar mehr. Muss ich ein bisschen Geld ausgeben. Na gut. Dann würde ich sagen. Ich war der Tensche hier von seinem Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi. 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 Vielen Dank.